Herr Kramer, Nordmetall hat heute seine Herbstkonjunkturumfrage 2012 vorgestellt. Was sind die wichtigsten Trends? Geht es der Nachrichtenlage folgend mit der Stimmung bergab? Also die Auftragslage und die Stimmungslage sind nicht mehr ganz so euphorisch wie in den letzten ein, zwei Jahren. Aber die Firmen verharren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir sind jetzt etwa da, wo wir im Zehnjahresdurchschnitt auf hohem Niveau auch immer gewesen sind hier in Norddeutschland. Das wird nach meiner Einschätzung auch im nächsten Jahr so bleiben. Das ändert nichts daran, dass die Auftragslage inzwischen etwas zurückgegangen ist. Das heißt, der Auftragsvorlauf ist geringer geworden. Daraus mag man die eine oder andere Vorsichtsmaßnahme oder Sorge entwickeln. Aber all dies passiert auf einem sehr hohen Niveau, wo die Firmen in der Lage sind, gut mit umgehen zu können und auch gegensteuern zu können. Hat das Auswirkungen auf die Beschäftigung oder sind die Jobs auch 2013 sicher? Die Jobs scheinen mir in nahezu allen Firmen sicher zu sein. Einzelne Ausschläge kann man nicht völlig ausschließen. Aber im Großen und Ganzen ist der Beschäftigungsaufbau aus den letzten Jahren etwas zurückgegangen. Aber die Beschäftigten werden gehalten und es wird weiterhin einen Beschäftigungsaufbau geben. Er wird nur nicht mehr in der Dynamik stattfinden, wie wir ihn in den letzten zwei Jahren hatten. Vielen macht die Euro-Krise Sorgen. Viele reden über die Energiewende. Sind das auch Risikofaktoren für die M&E-Industrie? Also die Euro-Krise ist insofern ein Faktor, der für unsere Metall- und Elektroindustrie von Bedeutung ist, als wir natürlich exportträchtig auch in die anderen europäischen und südeuropäischen Länder engagiert sind. Da gibt es Einbrüche, Rückgänge, die aber zum großen Teil überkompensiert werden durch südostasiatische Märkte. Insofern ist das ein normales Geschehen, dass es mal in der einen Teil, mal im anderen Teil der Welt besser läuft. Dass ein Euro nicht durch die Decke schießt, ist übrigens eher ein Vorteil für unsere Verkäufer weltweit. Die Energiewende spielt auf zwei Feldern eine Rolle für unsere Industrie. Das eine ist die Hersteller von alternativen Energieanlagen wie Offshore-Windkraft. Die haben im Moment ein Problem mit der unsicheren Rechtslage, wie sie aus Berlin leider weiterhin auch unsicher gehalten wird. Das heißt, die Kontinuität, mit der die Firmen ihre Produkte jetzt am Markt anbieten können und produzieren müssten, ist im Moment nicht gewährleistet, wird aber hoffentlich in überschaubarer Zeit gewährleistet werden. Und das andere Feld ist die Frage der Energiekosten, die damit zusammenhängen. Und da sollten wir uns keine Illusionen hingeben. Die Energiewende wird am Ende zu deutlich höheren Energiekosten auch in Norddeutschland führen. Stark exportabhängige Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, haben zurzeit Kompensationsmöglichkeiten gesetzlich vorgesehen. Das ist allerdings eine dringende Voraussetzung, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Denn sonst werden genau diese Firmen in Zukunft Schwierigkeiten haben im internationalen Wettbewerb und müssten folglich Teile ihrer Produktion in energietechnisch günstigere, wirtschaftlich günstigere Länder zu verlagern.